Fertig. Bist du es? So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Hallo, liebe Radfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Radfreak. Oh, jetzt habe ich gleich den Storchock kaputtgetreten. Wir haben hier eine Strecke von 25 Metern, 4 Meter breit. 25 mal 4 sind 100 Quadratmeter. Stimmt das? Ja, ich glaube. Das stimmt. Eine Fläche von 100 Quadratmetern hier, ausgemessen für meinen neuen Sprühwagen. Ich habe mir einen neuen Sprühwagen gekauft, weil ich doch sowas unbedingt mal haben wollte, für das Thema Flüssigdüngen, für das Thema Wetting Agent Sprühen, für das Thema Biostimulantien. Genau, die muss man vor allen Dingen flüssig auf das Blatt sprühen. Und ich finde das hochinteressant, das Thema. Deswegen habe ich, ja, ein bisschen wieder investiert. Fragt nicht, aber fragt nicht. Nein, habe ich aber gekauft. Ja, ein Sprühwagen, ein dreiräderiger Sprühwagen, um ihn besser zu führen. Ich glaube, zwei Meter breit. Den kann man hier so runterklappen. Und dann hat er genau die zwei Meter, damit man ihn natürlich auch wegstellen kann, in der Garage, wo kein Platz mehr ist. So, ja, das sieht ziemlich nach zwei Metern aus. Ja, er hat hier drei nördliche Düsen, klein, mittel, groß. Und die kann man halt so, wie so ein Bajonett, so umschalten. Echt cool. Hier haben wir die größte. Ein 60-Liter-Tank. Ich werde das Gerät nochmal in aller Ruhe erklären, vielleicht in einem anderen Video. Jetzt will ich, bevor es heute endlich regnet, wir haben den 26. August. Es soll jetzt gleich Gewitter geben. Und da ist ein Wetting Agent sehr sinnvoll vor dem ersten Regen, weil die Fläche sehr stark vertrocknet ist. Sie ist sehr sandig. Und dann wird tatsächlich sehr, sehr leicht der Boden hydrophob. Deswegen macht es Sinn, jetzt mal ein Wetting Agent zu spüren. Da kann man nichts mit falsch machen. Und deswegen fange ich damit an. Ja, ich weiß noch nicht, wie viel er jetzt raushaut. Ich habe jetzt erstmal, glaube ich, ungefähr 45 Liter. Naja, ungefähr genau. Ja, jetzt soll ich ein bisschen was nachfüllen. Ungefähr. 45 Liter rausgehauen. Da muss man auch immer drauf achten. Ja, ziemlich genau. Und ich fahre jetzt halt über diese Fläche rüber, um mal zu schauen, wie er da raussprüht. Mit der größten Düse fange ich an, weil Wetting Agent braucht viel Wasser. Er hat so eine Bio-Stimulanz, braucht nur einen ganz feinigen Sprühfilm. Deswegen habe ich hier diese drei Düsen. Das ist echt cool zum Umschalten. Ja. Dann schalten wir ihn an. Und jetzt hat er zwei Stellungen. Oh, er sprüht schon. So. Er hat eine Stellung, wo er im Kreis pumpt. Und die andere Stellung, wo er sprüht. Jetzt kann man den Druck hier noch einstellen. Hier ist ein Druckmanometer. Er hat jetzt auf der größten Düse, da schaffe ich maximal dreieinhalb, zweieinhalb Bar Druck. Mehr schaffe ich nicht. Auf der größten Düse. Ungefähr zweieinhalb Bar Druck. Er haut jetzt ordentlich was raus. Wir sind jetzt gleich bei 40 Liter. Jetzt halte ich ihn bei 40 Liter nochmal an. Wow. Das seht ihr hier. Ungefähr genau 40 Liter. Und muss natürlich jetzt so gehen, wie auf der Fläche. Ganz normal. Auf die Plätze werde ich los. Würde ich so gehen? Würde ich so gehen? Ja. Genau, zwei Meter. Nicht zu schnell gehen. Gleichmäßig gehen. So. Zack. Wechseln. Und Wow. Und zack. Yo, man. Ganz leicht über Deckung fahren. Irre. Nicht zu schnell gehen. Über Deckung fahren. Ja, das sind genau tatsächlich zwei Meter. Ist halt echt gut. Zack. Cool. Jetzt haben wir Ich würde mal sagen, fünf Liter. Ne? Dass ich mich mal beruhigen würde. So, Freaks. Also er hat jetzt ungefähr Er hat jetzt ungefähr fünf Liter auf 100 Quadratmeter rausgeballert. Ich habe ungefähr 800 Quadratmeter. Also verbrauche ich für 800 Quadratmeter 40 Liter. Das ist gut zu wissen, weil ich hätte gedacht, dass er noch viel mehr raussprüht. Also 40 Liter kann ich einmal meine ganze Fläche absprühen. Wow. Cool. Ja, dann füllen wir mal das Zeug rein und dann geht das los. Dann laufe ich das erste Mal so wirklich flächig. Mit dem Wedding Agent ist das nicht so schlimm. Das kann man auch ein bisschen zu stark und zu gering dosieren. Das hat einen großen Spielraum. So, hier ist mein Wedding Agent. Das kommt jetzt da rein und dann fülle ich den Rest Wasser auf. Das ist nämlich ziemlich zähflüssig. Das ist echt ziemlich ziemlich zähflüssig. Wie viel ist drin? 50. 40. 40. 40. Ja. So. Gut, jetzt pumpe ich erstmal um, um das Zeug zu mischen. Mischen, mischen, mischen. Gucken wir nochmal rein. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt geht's los. Premiere. Jetzt wieder gleichmäßig gehen, gleichmäßig gehen, gleichmäßig gehen. Wenn das nicht effizient ist, gehe ich genauso wie eben. Wenn das nicht effizient ist. Wow. Dann kommen wir auch mal gleich zu den Kompromissen hier. Ah ja, jetzt muss ich doch sehen, dass ich, ja, das passt so gerade eben. So, Freaks, wir haben jetzt zwei Wassergläser draufgestellt. Hier haben wir gesprüht, da haben wir nicht gesprüht. Auf die Plätze, fertig. Schliessst du es? Ja, das ist eindrucksvoller. Huhu. Hui. Hier steht es immer noch. Hier ist es fast weg. Gut. Boah, geht das schnell. Cool. Da noch drin. Hui. Ja, da braucht, ich bin doch ein bisschen zu langsam vom Gehen. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass es dieses Wedding Agent, das ist übrigens Kik von Compo, sehr, sehr teures Zeug. Das wird empfohlen, auf 80 bis 100 Liter Wasser zu mischen. Wir haben jetzt die Menge auf 40 Liter Wasser gemischt. Und das klebt jetzt doch relativ stark überall noch an den Wänden. Wahrscheinlich müssen wir zweimal sprühen mit der halben Menge und den 40 Litern, damit die Mischung in Wasser besser ist, damit das sich besser auflöst. Es ist nicht so ganz einfach, aber flüssig ist nicht so ganz einfach. Ja, Freaks, das war es jetzt mit dem Video. Und wenn ihr weitere Videos schauen wollt, hier mein neuestes Video. Und das ist vom Algorithmus für euch ausgesucht. Da könnt ihr mich abonnieren und über den Daumen freut mich. Tschüss.